Dieses Video zeigt ein Telefongespräch zwischen der Angestellten im Reisebüro Zöllner und der Kundin Frau Weidner. Sie hat eine Reise nach Berlin gebucht und möchte jetzt noch Eintrittskarten für eine Show bestellen. Sie möchte zwei Karten haben. Die Angestellte empfiehlt Frau Weidner eine Stadtrundfahrt mit einem Linienbus. Frau Weidner bedankt sich für den Tipp und verabschiedet sich. Busreisebüro Zöllner, Schmidt, guten Morgen. Ja, Frau Weidner, wie kann ich Ihnen helfen? Es wäre kein Problem. Für welche Show? Meinen Sie den Friedrichstadtpalast? Eine sehr gute Wahl. Die Show ist eine prächtige Mischung aus Parisa Lido und Rio de Janeiro's Copacabana. Wie viele Karten brauchen Sie? Von 40 bis 75 Euro. Selbstverständlich machen Sie unbedingt eine Stadtrundfahrt, am besten mit der Buslinie 100. Er fährt am Bahnhof Zoo ab und kommt an der Siegessäule am Schloss Bellevue am Regierungsviertel Reichstag und Brandenburger Tor vorbei. Das ist eine kleine Reise durch die Geschichte Berlins. Untertitelung des ZDF für jeden Mal, aber auf den полen Trankappaviano. Sie sehen, am Schwellen general ist eine für die Schwellen der Geistung von GröningstCoach und anerkade, die Idee war mir geschritten. Er hat 2 PCs bis representationsiece her.